Ich wollte das Buch nicht schreiben. Ehrlich. Ich habe denen beim Verlag gesagt, das kann man nicht machen. Die Leser. Da haben die gelacht. Da haben die gesagt, ihre Leser wären nicht so eine Mimmis wie ich. Und dann haben die mir gedroht. Die haben gesagt, ich hätte fünf Minuten, um mir zu überlegen, ob ich das Buch schreibe oder nicht. Und dann haben die mich angestarrt. Ich meine, habt ihr die mal gesehen? Diese Typen von Hardcore. Die sind krass. Da habe ich keine fünf Minuten überlegt. Da habe ich gelacht. Okay, gut. Ich schreibe das Buch. Kein Problem. Aber das ist eure Verantwortung. Und die haben das einfach gemacht. Die haben das durchgezogen. Die haben das Buch gedruckt. Und jetzt könnt ihr es lesen. Aber sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt.